Hi Leute, Coach Steph hier und heute zeige ich euch einen Shake mit 1000 Kalorien. Wenn ihr den trinkt, 1000 Kalorien drin, natürlich ideal zum Zunehmen, zum Muskelaufbau. Für Leute, die Probleme haben mit dem Zunehmen, egal ob es Muskulatur oder Fett ist, die einfach dünn sind und es gerne nicht mehr wäre. Von daher ist häufig auch das Problem, viel zu essen, weil das ist die einzige Möglichkeit, um zuzunehmen. Idealerweise natürlich ein Shake, weil den kann man einfach trinken. Fällt vielen Leuten leichter, sich die Kalorien flüssig zuzuführen, als mit festem Essen. Wir wollen das Ganze natürlich möglichst gesund halten, das heißt nicht nur, dass viele Kalorien drin sind, es sollen auch viele Nährstoffe drin sein, viele Proteine, damit ich auch tatsächlich was vom Körper her damit anfangen kann. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich hole gleich die Zutaten, ich sage euch auch die Menge, dass ihr genau das ganze Ding hier eins zu eins daheim nachmachen könnt. Und bevor wir anfangen, ganz wichtig, Kanal abonnieren. Wir brauchen heute auf jeden Fall einen Mixer. Nichts Besonderes, ich habe hier einen von WMF, der ist günstig, den habe ich schon ewig. Ich verlinke ihn euch unten, könnt ihr euch reinziehen, falls ihr keinen habt. Dann brauchen wir eine Banane, wir brauchen Milch, Mandeln, Honig, Haferflocken, Erdnussbutter, Whey-Protein mit Schokogeschmack und Chiasamen. Vielleicht habt ihr anhand der Zutaten schon gemerkt, der Geschmack des 1000-Kalorien-Shakes wird Snickers haben. Denn Peanut Butter in Verbindung mit Schokoprotein und Honig ist einfach der Shit, muss man ganz klar sagen. Zunehmen oder allgemein gesunde Ernährung soll ja auch Spaß machen, von daher ist der Geschmack sehr wichtig. Falls ihr jetzt eine Zutat davon in der Form jetzt nicht daheim habt, ist es nicht so schlimm. Vielleicht habt ihr keine Mandeln, könnt ihr auch Walnüsse nehmen. Vielleicht habt ihr jetzt, ich habe hier fettarme Milch, vielleicht habt ihr Vollfettmilch. Ja, beim Zunehmen sowieso von Vorteil, kann natürlich auch möglich sein. Wenn ihr jetzt keine Chiasamen habt, ist auch nicht schlimm, könnt ihr auch weglassen. Aber wenn wir schon hier Kalorien reinknallen, dann nehmen wir natürlich auch gerne die Nährstoffe davon mit. Ich muss natürlich klar sagen, mein Sponsor ist MyProtein, ist glaube ich nichts Neues, ist auch der Sponsor vom heutigen Video. Da findet ihr unter anderem das Protein, Peanut Butter, Chiasamen, die Mandeln, die Nüsse. Ich verlinke euch alle Zutaten sowieso unten in der Infobox, da könnt ihr dann gleich reinschauen. Euch mit meinem Gutscheincode nochmal ein paar Prozente sparen. Ja, auch bei den Nüssen, auch wenn ihr die hier im Supermarkt kaufen könnt, an der Kasse kriegt ihr keine 35% mit meinem Gutscheincode. Könnt ihr zwar sagen, aber die Kassiererin guckt euch doch einfach blöd an. Aber genug geredet, fangen wir an. Wir fangen an mit der Milch und davon brauchen wir 300 Milliliter. Oft hat euer Shaker hier so eine Skala an der Seite. Guckt, dass es circa 300 sind. Bam, dann seid ihr hier safe. Als nächstes brauchen wir eine Banane. Bitte schälen. Ja, also, ihr könnt sie nicht mit Schale reinwerfen. Bitte vorher entfernen. Ich mache immer gleich so, ja, wenn der Mixer klein ist, guckt, dass es schon mal ein bisschen kleiner macht. Dann habt ihr hier einen Platzvorteil, wenn der Becher später voll wird. Wir brauchen die Mandeln, beziehungsweise Walnüsse, je nachdem, was ihr verwendet. Und hier nehmen wir eine Hand. Und ich weiß, für die Allmann-Kinder da draußen so eine Hand, eine volle Hand, eine halbe Hand, meine Hand oder deine Hand. Jam, nimm einfach eine Hand. Okay, denk dir. So, das ist eine Hand. Ich könnte die jetzt natürlich auch aufhalten und komplett voll machen mit so das Maximum. Okay, ich nochmal. Eine Hand ist, ich greife rein, nehme eine Hand, guck, was da reinpasst. Und fertig, ja, das ist dann so viel. Okay, für die, die immer so, ja, wie viel genau und so. Eine Hand, Mann. Wir nehmen Honig. Wir nehmen jetzt einen großen Klecks. Ja, ich gebe hier auch keine Gramm an, weil ich will nicht, dass ihr hier komplett mit Wiegen beschäftigt seid. Einfach einen großen Klecks. Ihr könnt das Ganze auch in einen Esslöffel und dann rein, dann ist es ein Esslöffel, okay, also so viel Honig. Als nächstes Chiasamen. Und davon nehmen wir einen Esslöffel, ja, das ist der, mit dem ihr normalerweise esst. Auch hier wieder einmal rein. So, ein Esslöffel. Ich könnte euch auch die Stückzahl angeben, müsste ich aber selber erst zählen. Hier rein. Nehmen dann die Peanut Butter. Hiervon nehmen wir zwei Esslöffel. Und auch hier gilt, natürlich könnte ich jetzt den Löffel so viel wie möglich machen. Ja, aber damit ist ein Esslöffel nicht gemeint. Ein Esslöffel ist so, was ihr auf den Löffel nehmen würdet, wenn ihr es essen würdet. Ja, das ist schon ein großer Esslöffel. Aber wir wollen ja zunehmen, von daher einmal den hier rein. Eins. Und dann nochmal einen hinterher. Ja, also eine Menge, die ihr auch euch in den Mund schieben würdet. Wobei, vielleicht komische Aussage, würde nicht jeder so viel machen. Hier rein ist der zweite Esslöffel. Okay. Dann kommt noch das Protein. Hier nehmen wir 30 Gramm. Wenn ihr einen Proteinpack kauft, wie jetzt hier bei MyProtein, der ist ja dann schon so ein Löffel drin. Ja, und ein Löffel sind immer 30 Gramm. Ja, so sieht der aus. Ist auch bei anderen Marken. Manche haben kleine Löffel mit 20 Gramm, manche andere. Hier nehmen wir die 30 Gramm. Hier vornherein. So. Und dann fehlen nur noch die Haferflocken. Und hier nehmen wir 50 Gramm. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man eine Lebensmittelwaage daheim hat. Denn die kann euch ganz genau ausspucken, wie viel Gramm ihr habt. So, ihr habt jetzt beispielsweise diesen Shaker, diese Waage. Dann stellt ihr, guck mal, ich halte es hier in die Kamera, weiß nicht, ob man es sieht. Wenn Lämme eine gute Arbeit macht, sieht man es. Ihr stellt es zuerst drauf und drückt dran drauf. Weil dann wird die Waage nicht auf quasi null geeicht, sondern hat schon das Gewicht dieser Masse berechnet. Und wenn ich jetzt die Haferflocken hinzugebe, kann ich ganz genau sehen, wie viel Gramm ich quasi reinfülle. Ja, 50 Gramm. Wenn der der Shaker das Ganze hergibt, muss man mal schauen. Yes, es ist Maria und Josef. So, guck mal. Also heute hier im Video auf den Pump gehen. Ist wie beim Tanken. Ist wie beim Tanken. Ah, 0,3. Mist. So, dann ist das Ding ran voll. Und jetzt versuche ich noch dieses Ding hier irgendwie drauf zu kriegen, ohne eine Sauerei zu machen. So, hab jetzt alles in diesem Blender drin. Und das wird jetzt gleich gemixt. Ich gucke immer, dass ich vorher das Ding so ein bisschen schüttel, dass der Mixer nicht so viel ins Leere dreht. Drehe das Ding dann rein. Achtung, jetzt wird es laut. So, gib dem Mixer bitte genug Zeit. Also so eine halbe, eine Minute bis eine Minute sollte drin sein. Und dann ist das Ding auch schon fertig. Jetzt mache ich hier mal auf. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Bei einem Smoothie oder Shake, nennt wie ihr es wollt, ist natürlich immer die Konsistenz wichtig. Desto mehr Flüssigkeit ihr reinmacht, desto flüssiger ist es, desto weniger Flüssigkeit ihr reinmacht, desto cremiger ist es. Ich nehme mir noch kurz hier ein Glas raus. Hier, guck mal. Als hätten wir es vorbereitet. Haben wir ein wunderhübsches Glas für den Shake, dass ihr auch seht, wie ist die Konsistenz. Also ich mag es immer so ein bisschen nicht zu flüssig, nicht zu cremig. Das ist natürlich ideal. Et voilà. Tada. Auch wenn das Glas natürlich hübsch aussieht, in Wirklichkeit sauft ihr das ganze Ding. Ihr könnt auch direkt daraus trinken, dann braucht ihr gar kein Glas. So einfach wie möglich. Ein Mann, ein Löffel. Und genauso wie dieses Rezept ist auch in meiner neuen Hybrid-Trainings-App die Ernährung aufgebaut. Also ein Mixer, eine Pfanne, eine Schüssel, einfache Zutaten, schnell erledigt. Sachen, die man entweder schon daheim hat oder überall bekommt. Bisschen Proteinpulver sollte man haben und fertig. Also es ist nichts Exotisches, wo ich sage, ich muss einkaufen gehen mit 15.000 Zutaten, die ich alle nicht kenne. Googlen muss, kriege ich es überhaupt im Supermarkt. Macht keinen Sinn. Wie soll ich das? Fünfmal am Tag über acht Wochen verteilen. Geht nicht. Ja. Also wir wollen wirklich Hands-on bei der Praxis bleiben. Und so sind alle Rezepte in meiner App, die bald rauskommt. Ihr könnt euch jetzt schon den Pre-Sale sichern. Link ist unten in der Infobox. Und so natürlich auch hier alle Rezepte auf YouTube. Ich zeige euch nichts, wo ich jetzt eine Stunde in der Küche stehen muss und kochen muss. Weil ich genau weiß, die wenigsten von euch werden es umsetzen. Beziehungsweise die wenigsten werden einen Mehrwert davon haben, langfristig in ihrem Alltag ihr Ziel zu erreichen. Und darum geht es. Das ist ja keine Kochshow. Es geht darum, dass ihr Muskeln aufbaut, Fett abbaut, gesund lebt. Ja, von daher, lasst mir gerne Feedback da. Ist das Konzept, wie ich hier mache? Gut, manche nennen es nicht kochen. Ich finde, es ist kochen. Ja, es kommt was Leckeres bei rum. Schreibt gerne in die Kommentare unten, ob ihr schon mal solche Smoothies gemacht habt. Was ihr gerne noch in den Shake reinmacht. Was ich jetzt vergessen habe, was ihr noch gerne reinhättet. Auch sowas wie MyProtein, die ganzen anderen Zutaten. Links ist unten in der Infobox. Auch nochmal die Grammangaben, die Esslöffelangaben, dass ihr es daheim nachkochen könnt. Auch alles unten. Und ansonsten, wenn Fragen sind, fragt Coach Steph. Wir sehen uns bis dahin. Peace. 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 Peace.